SATAN MEISCHEN! Jetzt schnackt ihm schon den Kopf auf! Soll ich regelfeuerbreiter! Reißt ihm doch die Eier aus! Die Hölle mit ihm! Das ist nicht zugefallen, deswegen wird es hier bezentriert. Spuckt nur mal! Schreibt ihn auf! Streift ihn ganz einfach ab und sperrt ihn nach auf den Scheiterhaufen! Und wenn er endlich verbrannt ist, wollen wir seine Asche der ganzen Ortschaft verstrahlen! Ob das er wist! Ich bin auf den Pumpe! Richtig, der Schlag! Komm ab! Jaaaaaa! Applaus Decker Bratwachsen! Mama, was macht sie denn mit deinem Arm? Böre Hexen! Böre Böre! Böre Böre! Böre Böre! Böre Böre! Böre Böre! Und nun, nach dem Ruhren, den Schadangst! Böre Böre! Böre 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 Böre! So dass in der ganzen Welt die Teichel ist! Als Antichristin! Als Sukobude Satans! Werden wir jetzt noch das Hurenband umbinden! Auf das ich verraten möge! In einem Carpuffer Henker! Auf das er erzählen, über sie drüber steigen möge! Was los ist jetzt? Kluwe Applaus! Kluwe Applaus! Kluwe Applaus! Ja, es ist geschehen! Ich bin normal!